Mit Reisens heißt euch herzlich willkommen, wir freuen uns auf eine Riesenparty mit euch. Wir lassen es krachen und jetzt singen wir nochmal fürs Braunkohr. Alle machen mit. Hey! Oh, you're best. So, geh mal schwungvoll rein. Du hast mich tausendmal melogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Die Stimmbänder sind auf alle Fälle mal sehr gut geölt. So, Achtung. Ciao. Here is another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, but I just got crazy. Sprech dir Italienisch? Alles gut. Ich auch. So, Achtung. Jetzt gehen wir voll rein. Voll rein. Ja, super. Der Achter. Mein lieber Joel, zeig uns ganz kurz, wie der Achter funktioniert. Achter, ich nehme es so drauf und dann oben alles drauf. Schön die Hüften schwingen. Das ist ganz gut zu verbauchen. Das geht übrigens auch um Sitzel. Jederzeit. Ihr dürft euch was wünschen. Was wünscht ihr euch denn? Ein Cell. Das geht übrigens auch um �hr. talking. Higher and higher and higher. Your life is not dem Tee. Das geht sein. Meine Lieben Freunde, ihr müsst aufdrehen, es hilft nichts, die Zeit. Gebt uns davon. Geht ihr jetzt Wasser an? GAN. Okay. zombi. Die Karte war gut, oder? Wir klatschen alle mit von Götz! Komm schon! Wir klären sie die zur kleinsten Musik! Sol 이미! Schle creier sie nicht! Komm schon! Und aufgepasst, alle drehen sich zur Bühne, ihr legt die Hand nach oben, direkte Hand nach oben. Jetzt sind beide Hände um, jetzt zum Rhythmus auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, D! Ein D! Welche Song? Gib mir ein D! So gibt's noch ein richtiges Bummi hier! Achtung! Ray, Jake und Elwood haben gesagt. Man könnte es mal probieren mit diesem Ende hier. Ich zieh mal ganz sauber durch, weißt du? Da kennt man nämlich gar nichts. Ja, Rosi hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon. Und so und weiß sich selbst in Achtung nur die ganze Nacht. Mega, mega, mega. Also wenn sich jeder was wünschen darf, kurzer Protest, dann darf ich mir auch etwas wünschen. Das heißt, jeder Gast darf sich nun seinen Tanzbereich nehmen. Wir machen jetzt einen Volkstanz. Ja? Volkstänze werden heutzutage immer wichtiger, hab ich mir sagen lassen. Und vor allem fördert es die Gemeinschaft und gibt Zugehörigkeit. Und auf so einer Feier ist es ganz furchtbar. Wichtig! Deswegen machen wir die nächste Nummer. Ja? Ja, wunderbar! Und ich schwimm, schwimm, schwimm immer wieder. Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu euch rüber. Und ich nimm, nimm. Wir nehmen uns alle bei der Hand, weil wir uns mögen. Ahaha, heute ist so ein schöner Tag. Es war ein ganz kurzer Ausbruch, aber vielleicht können wir es mit dem nächsten Titel nochmal auf die Spitze treiben. Das heißt, jeder bleibt bei seinem Quadratmeter. Lieber Joe, ich würde sagen, Cis, Fis, Cis. Es geht um Springen und um ein undefinierbares Krölen, das dann später hinzukommt. Ihr wisst alle Bescheid, worum es sich handelt. Lasst uns nicht lange packen, sondern durchziehen. Eins, zwei, drei, jetzt! Also wenn einer das Gefühl hat, unsere Frisuren sind leicht stimuliert, so hat er recht. Alle Gäste klatschen, das ist großartig! Wir sind euch furchtbar dankbar und vor allem möchte ich natürlich euch allen, sind wir jetzt auch noch mitunter an den Punkt angekommen, wo ich die Band vorstellen möchte. Die Band dauert nicht lange. Der nette junge charmante Mann neben mir, am Gesang und an der Gitarre, Mr. Joe Smith. Ja, vielen, vielen Dank! Und lasst uns nach uns. Dine Schmidt! Danke für dieses wunderbare Fest! Ihr seid glücklich großartig! Danke! Vielen Dank! Vielen Dank.